so hallo mal wieder wie ihr seht geht es heute um einen sogenannten blister 30 karten eine limitierte für 4 euro 90 und zwar von fifa 365 und welche limitierte karte hier drin ist das könnte ja schon an an den vereinslogo den besten vereinslogo den es gibt aber nichts so trotz wollen uns die karten trotzdem anschauen vielleicht sind ja noch andere hochwertige karten drin und wo ihr so ein blister bequem und sicher bestellen könnt wenn ich natürlich immer unter dem video verlinken das ist die limitierte karte dazu gleich mehr das sind die fünf booster und was da jetzt noch für karten drin stecken das schauen uns natürlich jetzt mal an ich hoffe mal dass ich da ein paar hochwertige karten finden werde und ob ihr die auch sammelt oder schon vollständig habt ganz egal was nur postet mir das würde mich echt interessieren so fest zu aufreißen bleiben wir bei die schere fragen warum ich die schere aufmacht braucht ihr auch nicht weil ich jetzt nicht aufgezogen kriege genießt jetzt lieber noch die spieler die ich in meinem booster habe also wie gesagt wenn ihr könnt wenn es bei euch eine nähe gibt wenn nicht bestellt euch blister da ist immer eine limitierte karte bei fünf booster für 4 euro 90 habt ihr sogar noch etwas gespart und auf jeden fall eine limitierte karte es gibt ja verschiedene blister könnt ihr euch selber aussuchen unten eine ecke habt ihr gesehen an vereinslogo seht ihr was für eine limitierte karte da drin stecken kann jetzt mal wieder zwei also wie gesagt postet mir darüber wie die karte findet auch diese sammelt und 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 ganz egal was es würde mich interessieren weil ich merke es ja doch schon dass einige immer mehr danach fragen obwohl ich die ja schon sehr sehr lange habe bei mir auf dem kanal fifa 365 da sind wohl einige jetzt erst angefangen so kommen letzt zum letzten booster aus dem blister wollen wir hoffen aber so was habt ihr ja nie glück oder ich zumindest nicht noch andere hochwertige karten zu finden so das waren die fünf booster aus meinem blister das war die limitierte karte mit dem besten verein wo ihr sicher und bequem bestellen könnt werde ich versuchen unter dem video zu verlinken und sage deshalb wie wie immer bis demnächst guckt hin und schaut zu